In seinem Let's Dance Podcast findet Christian Pollank klare Worte für Mark Keller. Mark Keller weiß, wie man ein Publikum um den Finger wickelt. Mit lockeren Sprüchen und einem charmanten Lächeln begeistert er nicht nur die Bergdoktor, sondern auch die Let's Dance Fans. Kein Wunder also, dass Ex-Profitänzer Christian Pollank in seinem Podcast Let's Talk About Dance auf den Schauspieler zu sprechen kam. In seiner dritten Folge begrüßte er Handballer und Dancing-Star des Jahres 2019, Pascal Hens. Das kommt bei den Leuten gut an, erklärte Pascal Hens angesichts Mark Kellers Fähigkeiten, die Massen zu unterhalten. Anschließend fragte er seinen Gesprächspartner, ob Mark Keller wieder so viel gequasselt habe. Aus Christian Pollank Sicht lautet die Antwort ganz klar, ja. Seine Taktik ist wahrscheinlich. Die Jury einfach so zuzureden, dass die dann gar nicht mehr so viel Zeit hat, irgendwas zu sagen. Hat auch ganz gut funktioniert, so der Tänzer im Podcast. Autsch, ganz schön fies, oder? Lachend fügte er noch hinzu, dass Mark Keller sehr redebedürftig sei, aber wir zwei sind ja auch sehr redebedürftig. Doch nicht nur sein Mundwerk kam an, auch die Performance lobte Christian im Podcast ausführlich. Besonders böse dürfte ihm Mark Keller daher nicht sein. Letztens, Christian Pollank kritisiert die Musikauswahl von RTL. Bei dem Thema allein blieb es aber nicht. Die beiden kamen auch noch auf die Musikauswahl der RTL-Show zu sprechen. Anlass waren die Titel für die beiden Paso Doblés von Gabriel Kelly und Sophia Thiel. Die sie in der zweiten Entscheidungsshow als nicht ideal empfanden. Pascal Hens erklärte, wenn du irgendein Lied hast, das alle Menschen kennen, und das gut ankommt, dann ist es auch einfach, dazu zu tanzen. Das kommt dann auch besser an, das ist ja normal. Christian Pollank sieht das genauso. Oft rödelst du dir zu irgendeiner Kackmusik einen ab, und es kommt trotzdem nicht so cool rüber. Und die anderen stehen einfach nur da und werfen sich zu dramatisch wunderschöner Musik einfach nur einen Blick zu und alle staunen. Ob eine konkrete Taktik von RTL dahinter steckt? Man weiß es nicht.